Hallo Freunde des Lichts, wollt ihr mich wahnsinnig machen? Ich habe jetzt vor nicht mal einem Jahr begonnen, die ersten YouTube-Videos hochzuladen und jetzt seid ihr schon 3000, 3000, über 3000 Abonnenten in so einer kurzen Zeit, das gibt es doch gar nicht. Das sagt mir, es gibt noch mehr Verrückte wie mich auf der Welt. Und man stelle sich diese Zahl mal vor, 3000, man stellt sich mal vor, diese 3000 Leute vor einem stehend, ist der Hammer. Naja, so mancher Fußballverein würde sich wünschen, dass 3000 Leute kommen, um beim Spiel zuzuschauen. Von dem her muss ich sagen, super. Es freut mich natürlich, dass euch das interessiert, was ich so erzähle. Es gibt ja schon das eine oder andere, das ordentlich auf Kritik stößt, aber auch das in Ordnung. Wenn es kein dummes Zeug ist, wenn es nicht nur dummes Geschwätz ist, wenn es wirklich Kritik ist. Und Kritik mit Verbesserungsvorschlag ist natürlich immer sehr, sehr, sehr willkommen. Vielleicht habt ihr auch Ideen, was ihr gerne sehen wollt, was ich euch gerne zeigen oder präsentieren oder erzählen soll. Dann nur ab in die Kommentare. Ich werde versuchen, das zu realisieren. Ob ich es realisieren kann, weiß ich nicht. Ganz klar, ich werde es versuchen. Wenn jetzt jemand von mir verlangt, macht Bungee Springen, dann muss ich sagen, spring mal alleine. Kein Bock. Das sind so Sachen, die mag ich einfach nicht. Stürzt mich doch nicht eine Brücke runter mit der Hoffnung, dass das Seil hält. Wie blöd muss ich denn eigentlich sein? Also das schließen wir mal aus, Bungee Springen. Alles andere könnte drin sein. Im Augenblick läuft ja noch die Serie Low-Cost Buschkraft. Habt ihr vielleicht beobachtet. Deswegen bin ich jetzt auch wieder mit meinem selbstgebauten Tragesystem unterwegs. Nicht, weil ich jetzt das nächste Video drehen möchte für die Low-Cost Buschkraft-Serie, sondern einfach, ich bin sehr oft auch sonst mit diesem Material unterwegs, ohne dass ich ein Video drehe. Weil dieses Material und die Trageart, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir. Ist auch sehr leicht, sehr angenehm natürlich. Und für Eintagesausflüge in die Natur absolut perfekt. Absolut perfekt. Mehr braucht es nicht. Zumindest nicht jetzt um diese Jahreszeit bei diesen klimatischen Bedingungen. Im Winter wird es dann vielleicht ein bisschen anders sein. Okay, aber dann hat man auch wieder andere Klamotten an. Dann geht man ja nicht mit kürzer Hose oder sonst irgendwas raus. Dann sieht es auch schon wieder ganz anders aus. Weiterhin läuft ja im Augenblick gerade noch meine Serie Prepperholz. Die ist jetzt bald zu Ende. Und dann soll, falls es dich interessiert, soll relativ bald eine Serie Tarnung kommen. Es wird auch eine offene Serie sein. Und zwar in der Serie geht es darum, wie muss ich tarnen, was sinnvoll ist. Da gehe ich auch sehr intensiv auf Tarnklamotten ein, Tarnausrüstung etc., Tarnmöglichkeiten. Da wird der getarnte Marsch gezeigt, das getarnte Biwak. Einfach alles, wie du dich in der Natur unsichtbar machen kannst und was sinnvoll ist und was Nonsens ist auf diesem Sektor Tarnung. Nicht alles ist für uns sinnvoll einzusetzen. Natürlich noch ein paar andere Projekte, die so kreuz und quer laufen noch. Aber die kommen so immer wieder rein. Was ein bisschen zurückgetreten ist, letzte Zeit, das ist das Breppen. Der Bereich Breppen wurde letzte Zeit von mir etwas stiefmütterlich behandelt. Außer der Reihe Brepperholz. Okay, ja. Aber hier soll es jetzt Richtung Winter auch wieder ein bisschen mehr geben. Also mehr Informationen, was in Richtung Breppen geht. Eine der nächsten Ideen wäre zum Beispiel die ABC-Ausrüstung. Das heißt also Atemschutz etc. Und Schutz vor radioaktiver Strahlung. Das ist ein Set, das ist ein Teil zusammen. Da wird es dann irgendwann nächste Zeit ein Video geben. Ich werde jetzt, so nichts dazwischen kommt, an diese einwöchige Tour, den Schluchtensteig im Südschwarzwald mit meiner Frau zusammen machen. Das gibt da auch ein paar Videos. Aber es bleibt interessant. Freut mich natürlich wirklich sehr, sehr, sehr arg, dass so viele Leute zusehen bei dem, was wir machen, wie wir es machen, warum wir es machen. Finde ich sehr, sehr interessant. Und deswegen ein ganz großes Dankeschön an dich, dass du Abonnent meines Kanals bist. Vielleicht sehen wir uns ja auch später nochmal. Ich weiß ja nicht, wohin das führt. Nicht mal ein Jahr und 3000 Abonnenten. Puh, vielleicht sind es nächstes Jahr 4000. Übernächstes Jahr 5000. Dann irgendwann 6, 7, 8. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Mein Ziel ist es nicht. Das gleich im Vorne rausgesagt. Das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, dich teilhaben zu lassen an dem, was ich mache. Und solange das dir Spaß macht, solange du dabei bleibst, solange die Abonnentenzahl auch bleibt, auch die Beiträge, ich sehe sie auch an der Anzahl der Beiträge oder der Aufrufe, was nützen mir 15.000 Abonnenten, wenn ich ein Video reinstelle und innerhalb von einer Woche ist es 300 Mal aufgerufen worden. Witzig. Das ist so gut wie nicht vorhanden, diese Abonnentenzahl. Aber ich sehe anhand der Videoaufrufe, also der Aufrufe meiner Videos, die ich reinstelle, dass du als Abonnent sehr großes Interesse hast, meine Videos anzuschauen. Und ich sehe es auch an den Kommentaren, die immer wieder kommen. Es geht mir aber auch so, natürlich mit Videos anschauen, oftmals sehe ich mir ein Video an und gebe nur einen Daumen hoch, gebe keinen Kommentar dazu, weil fällt mir nichts ein, als Kommentar zu sagen, weil das Video ist einfach klasse. Und dann gebe ich einen Daumen hoch oder ich schreibe halt rein, super oder toll oder sonst irgendwas. Ja, damit passiert, okay, ich bin auch mit dabei gewesen. Ich habe mir das auch angeguckt. Ich habe mir auch dieses Feeling reingezogen von dem, was derjenige rüberbringen wollte mit seinem Video. Aber man kann nicht immer überall einen Kommentar reinschreiben. Das ist schon richtig. Aber ich sehe es anhand der Aufrufe, ob die Videos überhaupt aufgerufen werden. Und es ist für mich ein Marker, zu wissen, okay, ich mache weiter oder nee, ich lasse es lieber. Aber im Augenblick sieht es so aus, als ob das noch nicht so schnell zu Ende sein wird. Deswegen bleibt dabei und ruft die Videos auf. Dann kommt noch mehr. Wir sehen uns. Schön, dass du bisher hier im Video mit dabei geblieben bist. Wenn du gerne darauf reagieren möchtest, was mich sehr freuen würde, gibt es drei Möglichkeiten für dich. Einmal hier unten den Button Abonnieren drücken, würde mich sehr freuen. Dann hast du hier unten die Möglichkeit, Like oder Dislike zu drücken. Das ist beides in Ordnung. Oder ganz unten einen Beitrag reinzuschreiben in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr freuen. Mach's!